Herzlich Willkommen zu einer Folge von Let's Play Resident Evil 4 Remake Wir machen jetzt hier weiter, wir müssen Wurstbenzin suchen für das Boot um auf den See zu kommen Und so geht der Part schon mal sehr sehr gut los Und btw heute ist mein Geburtstag, also falls es hier Kommentare gibt, alles Gute Das wäre sehr sehr lieb von euch und ja, es ist jetzt auch keine große Sache Ich mache jetzt aber weiter und hier kommt ein Vetter Ok warte, ich nehme mal meine Schroffinte Guten Tag der Herr Oh oh Und der ist weg tatsächlich Krass Und Seidenkristall Nehm ich mal wieder meine Pistole Oh guten Tag Ähm So Oh fuck Ok der ist tot Ich hab da was verpasst oder? Ne hab ich aufgesammelt ok Ganz ruhig Jungs und Mädels Ach hier ist der Gibt mir ne Dings Ok warte mal, ich schaue mal kurz auf die Karte des Boots benzin ist hier Ok weißt du das, ich hole das jetzt schnell Ich weiß nicht wo, au Habe ich nicht kommen sehen Ok hier haben wir welche Ok hier haben wir welche Ok Und du lebst auch noch immer Und Messer weg Noch eins hab ich Oh ne Schlange Oh oh, jawohl ich hab ja auch ne Schlange Viper Putz Küchenmesser Alles klar Dann einmal ab Zum Noch eine Viper Juckt mich jetzt nicht Wo ist das Boots Benzin Muss irgendwo hier sein Hier? Ne Ok Wahrscheinlich im anderen Haus Hier, jawohl Achso Ist klar So Jawohl, jetzt hab ich's War klar, dass es noch mehr kommt Hinterher kommt Geil, 2 auf einmal Gut Also dann Jetzt muss ich mal kurz Mal kurz die Kamera richten Jawohl Dann geht's auch direkt weiter Diese scheiß Viper, ne Gut Ähm Jetzt muss ich wieder zurück Ich glaub hier geht's lang Und hier oben sind natürlich noch mehr Und hier oben sind natürlich noch mehr Das ist ja auch für ne dumme Frage Ach hier ist der Typ mit dem Pfeil Und schnell 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 Lauf, 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 lauf Was? Ohhhh Wie geil Einfach in die Bombe gekickt Ist das episch So Weg mit ihnen Die Frage ist nur Wie komm ich hier weg Ich glaub ich muss nicht mal alle töten Das ist das Ding Jawohl Jawohl Aber hier ist noch einer Den tue ich natürlich gerne Putz Und weg Ging diese Küchenmesser schnell kaputt Mal krieg um Ich schau mal kurz ins Inventar Ich würd mir so gern mal ne neue Waffe holen Jetzt mal ohne Witz Alles klar Egal Ich hole mir auf jeden Fall dann irgendwann mal wieder eine neue Waffe. Da hätte ich sehr, sehr Bock drauf. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 14.000. Wenn wir den Händler das nächste Mal sehen, dann gibt es eine neue Waffe, Leute. Ihr wisst Bescheid. Also dann. Das Brot-Benzin einmal hinein. Das Part geht 5 Minuten. Ich mache mal vielleicht ein bisschen lauter hier. So. Also dann. Jetzt müssen wir nur vor dem Monster im See aufpassen. Das wird was. Gut. Vielleicht auch ein bisschen leiser. Sieht aus wie verlefisch aus. Natürlich ist unser Boot mitten im See kaputt gegangen. Das ist sowas von klar. Das sieht nicht so super aus. War klar. Ich habe Rapunen. Aha, Rapunen. Ich sage einfach Rapunen. Rapunen. Okay, dann töten wir es mal. Jetzt müssen wir jetzt Monster töten. Das ist ja unglaublich, gell? Ich glaube, es hat uns gerade gerettet. Wo ist es? Da hinten. Hier. Nein. Ich glaube, wenn man es so schlecht trifft, kann es sein, dass man dann stirbt. Ich denke sogar schon. Wo ist es hin? Ja, ich habe keine Ahnung. Ah, da. Das ist ja ein Mord sogar, ne? Bam. Und nochmal. Triff ihn, trifft ihn. Boah. Junge, Junge. Auf jeden Fall kommt da schon ordentlich Blut raus. Das Wasser wird rot. Wo ist es? Da. Ich habe es auf jeden Fall schon einige Male getroffen. Hopp. Zack. Oh. Alter Schwede. Das ist ja krass. Wo ist es jetzt? Da hinten? Jawohl. Ich glaube, wir treffen uns sogar sehr gut. Ach, komm. Das will nicht untergehen, Alter. Das ist ja geisteskrank. Wo ist es hin? Ja. Ah. Scheißdreck. Da hinten? Nein. Da, hä? Digga. Was geht ich eigentlich ab? Jetzt treff ich mich gar nicht. Wo bist du hin? Dirk. Jawohl. Ist tot? Scheinbar ja. 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 Episch. Das war auch immer kein schwerer Bossfight. Auch nicht der beste glaube ich in dem Spiel. Ich glaube es kommt noch deutlich geilere. Scheißdreck. Papier zu beendet. Ich mache einen kleinen Cut, Leute. Opfer, du wirst den Heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Schon bald wirst du unseren Mund beitreten. Auf ewig. Meinen heiligen Segen. Dein. Oh, wir gehen unter. Ach, aber auf einmal geht das Boot wieder. Ja, na klar. Gut. Kapitel 4. Dann mal jungen wir mal. Alles klar. Laden wir einmal direkt das Ding nach. Kondor One an Basis. Bitte komm. Kondor One? Du hast drei Stunden nicht zu erreichen. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Kommt nicht wieder vor. Und die Kirche? Bin noch auf der Suche nach den passenden Schlüssen. Verstanden. Pass auf dich auf. Hände. Gut. Kapitel 4. Wir haben ja eine Polizeimütze von dem Typen. Da wird wahrscheinlich der Kopf abgehackt, ne? So sieht es jetzt hier auch aus. Der Schlüssel zur Kirche. Hier ist er. Alles klar. Das ist aber nicht schlecht. Gehen wir dann einfach mal weiter. Oh man, hier sind wieder Gegner. Aber ich würde persönlich sagen, Leute, um diese Gegner kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Bislang ein sehr, sehr spannendes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gerade eine Stunde und 30, okay, nicht schlecht. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Wir werden dann zusammen schauen, wie es weitergeht. Alles klar. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen von dem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschau. Ciao. Vielen Dank.